willkommen zurück zur kirby heute machen wir alle möglichen extras die ich im let's play nicht gemacht habe unter anderem das kolosseum noch ein paar level wo mir die sterne fehlen dafür schauen wir jetzt erstmal was ich hier noch upgraden kann so dem bohrer schlaf noch mal schwert und es fehlt mir sowieso noch eine blaupause die hole ich jetzt als erstes blaupause als erstes wer es nicht weiß hier bei dem könnt ihr euch anschauen wo blaupause sind entwicklung von zernado ist irgendwo in versammlung der bestienrats in der nähe der achterbahn da gehen wir jetzt erstmal als erstes hin versammlung des bestienrats in der nähe der achterbahn nein die versammlung des bestienrats war hier ja in der nähe der achterbahn abenteuer ab ab Wann mache ich mit Eis viel Schaden? Ich habe Eis ja jetzt auf plus 1. Ist er ein 1-Hit jetzt? Nee. Alter, hat das viel abgezogen. Ciao. In der Nähe der Achterbahn hat der Typ gesagt, ne? Ja, das brauche ich jetzt echt mehr. Es gibt nur Münzen. Ups. Banana. Krass, mit runterfallen kriegt man den sogar. Hätte ich nicht gedacht. Wir bleiben auf jeden Fall bei Eis. Weil Eis ist broken. Merkt euch das. Ja. 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 Nee. Ja. Wäh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube jetzt kommt nämlich dann die Achterbahn Da stand ja irgendwo bei der Achterbahn, also wahrscheinlich nicht auf der Achterbahn Oh guck mal hier, das habe ich gar nicht gesehen Können wir auch direkt mal mitnehmen Das war der zweite gewesen Das habe ich gar nicht gesehen, wir haben letztes Mal einfach weggelaufen Auch nichts gehört Vielleicht muss ich hier oben lang, scheiße Das könnte natürlich sein Ja ne, man kommt hier so oder so nach oben Hallo Ja ne, man kommt hier so oder so nach oben Hier ist auch nichts Schlaf Kirby Der hier schnaß Mit dem müssen wir auch noch in der Burg, in der Stadt reden Guck mal da oben ist einer Und da ist auch eine Brücke Oder eine Treppe Glaube ich Tschau Auch einfach gar nicht gesehen Aber ich meine, da war ich auch schon 8 Stunden live Da habe ich halt auch gar nichts mehr geachtet So und hier ist die Achterbahn Und hier soll irgendwo eine Blaupause sein Da Ist doch was gewesen Hab ich doch gesehen Da ist sie Und jetzt habe ich die Frage Kann ich einfach raus Ist dann alles weg Werdet nicht gespeichert Also man muss den Abschnitt dann trotzdem nochmal zu Ende fahren Zu Ende bringen Na gut, ich habe ja jetzt alles Ich habe ja alles jetzt Dann kann ich einfach durch Nochmal eine neue Kapsel kriegt man Und dann war das Ende Und es war noch eine Blaupause Irgendwo bei der Oase Die ich vergessen hatte Beide geholt Und die Blaupause Ich könnte mir auch vorstellen Dass es nochmal ein Extra gibt Wenn man alles Alles auf 100% hat Dass es dann nochmal ein Extra gibt Könnt ihr euch auch nie vorstellen Und überall alle Wall Die es gesammelt hat So ein bisschen Mario-like So ein bisschen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, die kommen immer ganz schön nah. Das ist da rechts oben. Ich hoffe, da ist nichts. Oh, runter. Oh, noch Auto. Gibt es hier Eisphysik auf dem Auto? Nicht so wirklich, ne? Nein, ich bin noch gesprungen. Ich bin noch wieder gesprungen. Oh, oh, oh. Unbefriedigend. Also ruhig ein bisschen früher springen, Leute. Ach, halt. Schafft. So, da ist verschlossen. Oh, verschlossen brauche ich denn Weltraumentdecker. Das heißt, mir fehlt ein Entdecker auf drei wahrscheinlich. Den kann ich noch machen. Hammer. Ein kleiner Tipp an alle. Ihr müsst nicht unbedingt alles auf Level 2 erstmal leveln. Ihr könnt auch direkt auf Level 3 gehen. Das habe ich beim Hammer auch gemacht. Da habe ich hier Stufe 2 einfach ausgelassen. Das heißt, ich bin noch mal. Boss, 2, 3 wäre mal spannend. Krass, hier ist die Verteidigung halt nicht so krass, ne? Einer weg. War schon wieder zu knapp, für meine Empfinden. Bestimmt kriegt man in Kolosseum nochmal Steine. Kann ich bedenken. Zwillingsbohrer. Hier habe ich alle gemacht. So und jetzt fehlt mir an irgendeiner Oase. Hier. Untersuch nach der Oase. Da kann ich zwei Sachen machen. Hier gibt es eine Blaupause. Und hier gibt es noch einen Waddle Dee, wo ich weiß wo der ist. Nochmal. Nochmal. Hm, ich kapsel mich mal mit. Hier war die Oase. Jetzt gibt es erstmal einen Waddle Dee dafür, dass ich hier ein Schläfchen mache. Ich hoffe meine Eispower abgehauen. Und hier soll auch irgendwo eine Blaupause in der Nähe sein. In der Nähe von dem Typen. Ich habe auch das Gefühl, dass man den irgendwie besiegen kann. Das ganze Gebiet hier macht sonst irgendwie keinen Sinn so richtig. Hm. Hier runter nicht. Ach man. Das Eis ist auch ein bisschen schwierig zu manöbrieren. Ich habe am Anfang auch nichts verpasst. bis jetzt kommt auch ein Teil auf. Ertr Eis ist auch ein Teil desologists. Ich mache ihn nur wieder auf. Oh die war des Regierdrains besiennent.  Hier würde ich jetzt erstmal sagen, ist nix. In der Oase war ich. Dem kann man nur mit Wasser was machen, dann gehe ich mal weiter, dann wird es wohl hier irgendwo sein. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht bei denen? Ich glaube, hier war ich. Vielleicht gibt es hier irgendwo Wasser? Ach guck mal, da ist noch eine Truhe. Jetzt sehe ich sie. Jetzt ist es doch bestimmt. Ja, da ist es. Bumerang. Dann können wir hier wieder raus. Irgendwas, was mir noch fehlt? Irgendein Fragezeichen. Mal sehen, wir haben am Ende. Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt kann ich einfach durchrennen. Boah, hat er mich echt getroffen? Das ist eine coole Designentscheidung von dem Spiel. Weil man kann einfach durchrennen. Man muss jetzt nicht hier die ganzen Rätsel wieder machen. Man kann einfach hier direkt zum Ende. Soll ich mich chillig. Jetzt bin ich gespannt, was ist denn noch das Letzte? Grabe gründlich im geheimen Raum. Sollte ich eigentlich alle Blaupausen haben? Sollte ich eigentlich alle Blaupausen haben? Das ist in der zweiten Hälfte von Marsch auf der Infernostraße. Marsch auf der Infernostraße, zweite Hälfte. Mach ich auch noch. Marsch auf der Infernostraße, zweite Hälfte. Bringe alle Windmüllschalter zum Drehen. Das waren ungefähr nur drei Stück. Das habe ich gar nicht gerafft, das Level. Wunder mich nicht, dass ich hier was vergessen habe. Ehrlich gesagt. Vor allem, wo er schon sagt, zweite Hälfte. Zweiter Hälfte bin ich einfach nur durchgerannt, weil ich es nicht gerafft habe, das Level. Level. Oh. Da rechts drüben war ich. Und das ist mein Boss. Ey, ich habe da aber Schutz gemacht. Und das ist mein Boss. So, hier wird er in die zweite Hälfte sein. Ja. Und jetzt weiß ich, mit dem Eis, den kann ich einfach über die Lava drüber. Das wusste ich einfach nicht. Das hier habe ich alles gar nicht gemacht, weil ich es nicht gecheckt habe. Ich wusste es einfach nicht. Mein Manni. Wie mache ich das jetzt auch hier? Also. Und da ist auch ein Schalter. Nice. Ein Schalter. Der macht nur hier auf. Die Kapsel hole ich auf jeden Fall auch nochmal. Was ja viel Loot. So, und das kann ich hier wieder lang. Das habe ich halt gar nicht gemacht, weil ich es nicht wusste, dass ich mit Eis hier rüberkam. Hier war ich sogar. Wie komme ich hier runter? Damit. Und ich dachte schon, wie komme ich denn? Was soll ich damit machen? Das ist der richtige Weg. Nee. Nee. Und jetzt? Wieder weg damit. Ich hoffe, der ist dann wieder da. Das ist ja assi, wenn nicht. Der ist wieder da. Der respawnt. Ja. Oh, ein knapper Sprung. Das ist ja assi, wenn ich hier. Das ist ja absolut. Und das ist ja. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Mann, ich wünsche ich hätte den kaputt gemacht. Ist die Blaupause hier drin irgendwo? Ich denke nicht, oder? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Und das Ding habe ich ja. Okay, dann geht es jetzt weiter. Vielleicht ist das dann hier zweite Hälfte. Ich glaube hier habe ich... Ah, warte, warte, den brauche ich. Scheiße, ich glaube den brauche ich. Er kommt wieder. Sehr gut. Komm her. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So und hier bin ich direkt vorm Board, hier geht es aber glaube ich rechts noch lang Okay, wattel die, aber wo ist die scheiß blaue Pause? Und hier bin ich direkt, wo ist die scheiß blaue Pause? Hm, hinter dem Gebäude da? War ich nicht dahinter? Hier gibt es nur eine Kapsel Und wattel die Tja, aber wo ist die blaue Pause? Ah, stimmt ich erinnere mich Da ist sie! Hatte ich ja ganz vergessen Dann habe ich das auch Perfekt Besiege bitte einfach mit der Spezialpower Kugelblitz Ist da ein Kugelblitz nochmal Oh 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 Invasion im Horrorhaus. Okay, irgendwo bei einer grünen Münze ist ein Loch, Invasion im Horrorhaus. Ach, wo war denn Invasion im Horrorhaus? Hier ist safe nicht. Hier ist ein Loch, Invasion im Horrorhaus. Invasion im Horrorhaus, wo bist du? Grüne Münze in Loch, schließen offenbar ohne Geister Gordos zu besiegen. Okay, keine Geister besiegen. Ich besiege einfach gar nichts. Man sucht nur die grüne Münze. Okay. 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 Also hier war es ja nicht. Das habe ich ja. Das ist irgendwo in einem Loch. Ich würde fast sagen, irgendwo hier im Dunkeln habe ich was nicht gesehen. Beinahe grüne Münze durch ein Loch. Da hinten ist eine grüne Münze. Okay. 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 Oh, okay. So, hier habe ich jetzt kein Loch gesehen. So, auf die Schnelle. Das mache ich jetzt auch nicht nochmal, das habe ich ja gemacht. Nein! Okay. Okay. Also, am liebsten würde ich nochmal zurück. Ich habe mir den rechten Bereich irgendwie nicht so ganz angeguckt. Aber man sieht ja auch nichts. Ne, da ist kein Loch. Ist ja auch zu krass. Die grüne Münze war ja hier. Stimmt, wie komme ich eigentlich dahin? Die Kamera kann man auch gar nicht bewegen. Ach doch, hier war ich hier schon? War aber auch keine grüne Münze. Also, wann kommt das doch? Erst später. Da habe ich jetzt nichts gesehen. Macron nehme ich mal hier mit. Wollte er keine Geister besiegen. Irgendwo bei einer grünen Münze. Ja. Da sind keine Münze. Das ist ja schon komisch, dass der immer wieder kommt. Vielleicht muss ich mit dem irgendwas machen. Das ist ja schon komisch. Da ist sie. Kugelblitz. Durchdurch. Muss ich euch besiegen? Ne, man muss einfach hier lang. Ach man braucht den. Wie soll ich denn hier lang ohne die zu besiegen? Nein, ich hoffe das war nicht einer von denen, die ich nicht besiegen darf. Ohne Geist Gordos zu berühren. Ich weiß nicht welche Geister das sind. Mist, er hat den einen da drüber ausnerven. Ja, ey. Genau so einen darf man nicht berühren. Darf man die dann killen oder darf man sie nur nicht berühren? Bestimmt darf man die killen, aber nicht berühren. Das ist ja nur falsch rum gemacht. Geil, die Blockhose habe ich auch. Ah, Turniersieg im Colosseum. Mach mal das mal. Ich hol mir mein Eis. Ich habe nur drei Sterne. Das ist echt wenig. Ich glaube ich mache den Weltraum Typen. Der sieht witzig aus. Mit Eis ins Korrosion. Vielleicht gibt es auch Sternis aus diesen Dingern. Aber ich glaube da kommen nur diese Dinger raus. Was kostet das denn? 100. 10. 10. 9. 10. 3. 10. Was kann ich denn mit Doppelten machen? Neu. Sagen wir mal. Guck mal, da fehlen mir gar nicht mehr, da fehlen noch 17. 2 fehlt mir viel, 3 fehlt mir fast alles, 4 fehlt mir sogar alles. Ah, das wird erst auch hier hinzugefügt, wenn man alle Power-Ups gemacht hat. Krass. Wir gehen mal ins Kolossium. Ah, guck mal, man kriegt einen Stern als Belohnung. Teilnehmen. So kann man die Sterne noch sammeln. Hier kann man sich alles auswählen. Sucher. Explosion. Will ich beides nicht, ich will Eis. Eis. Eis ist broken. Ah, bleib da stehen. Zu spät. Und feer, du bewegst dich. Und feer, du bewegst dich. Und besieß. Da war es ein bisschen zu spät. Fein, 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 fein. Oh. Der friert da. Kommt rein? Ja, eingefahren. War es das? Das war es. Noch fünf. Krass, wie viele man machen muss. Ich will das da einfachste von rein. Ey, kann es jetzt mal einfrieren? Ich finde aber, dass man sechs Runden machen muss. Nur gegen Bosse ist viel zu aufwendig für das, was man bekommt. Ein Stern und nur 500 Minzen. Vielleicht kommt hier dann jetzt nur ein Boss. Nur ein Boss. Soll ich mal hin. Noch vier. König los. Ah. Ruth. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war schon Oh, Feuer könnte man auch mal machen, aber ist nicht Upgraded Da weiß ich nicht, wie gut DEF ist Eingefroren Da weiß ich nicht, wie gut Ich will da Eisbärd Ich will da Eisbärd Und da weiß ich nicht, wie gut Ich will da Eisbärd Und da weiß ich nicht, wie gut Wie gut Ich will da Eisbärd Untertitelung des ZDF, 2020 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 Passwörter. Was passiert, wenn ich da 1000 reinbringe? Was war's? Das hat sich doch mal voll gelohnt. Oder nicht? Aber was besseres hätte ich mir nicht vorstellen können. Das hat sich doch mal gelohnt. Waffenhändler. Eis holen. Nächstes Turnier. Boah, was kostet denn das Meta Knight Schwert? Drei. Boah, Tempo ist krass. Wie? Waffenhändler. Wie? Waffenhändler. Wie? 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 zwölf kämpfe das koalitionskampf bisher nicht so gut zwölf kämpfe war auch clever dass ich alle maxi tomaten genommen habe beim ersten koalitionskampf ne ich will das nicht ich gehe mit beta night los es tut mir leid aber das kolosseum gefilmt bisher gar nicht es es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Die wollen mir kein Eis geben, ne? Ich würde fast das Schwert nehmen, weil das wegen's Depp hat. Wenn's nur Level 2 ist. Hat der auch Depp? Ne. Das war's für heute. Ey, die wollen mir kein Eis geben, ne? Die wollen mir einfach kein Eis geben. Den hab ich nur Level 2. Und dass es mich einmal umbringt, ne? Ich muss einfach schon fast das nehmen, der auch nur Level 2 ist. Wäre ich mir bei den Suchermienen geblieben. Ja, toll. Keine Death. Und treffen kann ich hier auch gar nicht. Mann, da hab ich mir das Schlechtste ausgesucht, was ich nehmen konnte. Na klar. Wenn ich treffe die gar nicht. Ne. Ja. Ja. Und? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war schon der Empos. Dass das nur einen Stern gab, wie lange habe ich gebraucht, 13 Minuten für einen Stern. Sternmünchen schmecken, aber dieser eine Stern, das ist echt wenig. Wieso ist eigentlich dieser Meta Knight da oben? Okay, es gibt nur das. Es gibt einen Sternmünze und das. Wer macht denn das freiwillig nochmal, nur weil es dreifach Münzen gibt? Das war viel zu viel. Zwölf Kämpfe. Belohnung für Erstabschluss. T-Modus geht das auch, das ist cool. Okay, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man die wirklich finden muss. Oder es reicht, dass man sie weiß. Prima, okay. Das bedeutet, man muss hier nicht extra finden. Boah, bitte gib mir einen Stern. Nicht schon wieder Münzen. Nice. Beides sogar. 301 seltener Stern. Perfekt. 4. Flink fischen. Beiß den Fisch an. Werden Knöpfe eingeladen. Drücke, rutschen den richtigen Knopf, um keinen Fisch entfischen zu lassen. Da steht sein Großhang. Sein Reißkorps. Eine Münze. Eine Münze. 5 Münzen. 5 Münzen. 6 Münzen. 5 Münzen. 5 Münzen. Das lohnt sich auch irgendwie gar nicht. Wir können wissen, ob man da auch mal was anderes kriegen kann. Wie schnell muss man denn da sein? 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 Was brauche ich denn für was zu machen? Einen Erkunder brauche ich. Boah, ich mag den gar nicht. Gibt es irgendwo eine Übersicht? Wo mir noch was fehlt? Ach guck mal an, hier kann man es sehen. Okay, zwei Bereiche gibt es noch. Hier gibt es noch zwei Sachen. Man kann hier noch Sachen verdächtige Orte einfach selber finden. Was? Ach krass. Ein Stopfer. So kriegt man auch die ganzen Sterne raus. So kriegt man wirklich alles in einem Kolosseo machen. Das ist ja auch mal crazy zu wissen. Das ist ja auch mal. So. So sag ich. Ich weiß. So. So. Doh. Ich weiß nicht. Nice. Und unter eine Minute geschafft. Zwei. Ja Leute, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Die ganzen geheimen Dinger. Dafür mache ich eine extra Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.